Und Russland hat mit einer Atomwaffenübung nahe der Ukraine begonnen. Das hat der Kreml verkündet. Die Übung sei eine Antwort auf Provokationen bestimmter westlicher Vertreter, so das russische Verteidigungsministerium. Vor rund zwei Wochen hatte der russische Präsident Putin die Übung nahe der ukrainischen Grenze angeordnet. In den letzten Tagen gab es bereits Meldungen, laut derer eine Jars-Atomrakete verlegt worden sei. Und damit weiter nach Moskau zu Christoph Wanner. Guten Abend, Christoph. Wie muss man diese Atomwaffenübung einordnen? Ist das Säbelrasseln oder doch mehr? Ja, es geht hier darum, dass die russischen Streitkräfte im südlichen Wehrbezirk, also in der Nähe des Kriegsgebietes, eine Übung abhalten, bei der auch trainiert werden soll mit taktischen Atomwaffen, genauer gesagt mit den Kurz- und Mittelstreckenraketen vom Typ Iskander M, die auch bestückbar sind, diese Raketen mit nuklearen Gefechtsköpfen, also taktische Atomwaffen. Das Ganze ist natürlich erst einmal viel Show. Das sind Muskelspiele, das ist Säbelrassel, das ist eine Machtdemonstration, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht einfach das Ganze belächeln und abtun. Und nach dem Motto, Putin wird seine Atomwaffen sowieso nie einsetzen, das ist alles nur absolute Spinnerei. Ich denke, diesen Fehler darf man nicht machen. Im Augenblick werden Atomwaffen sicherlich nicht eingesetzt, aber ich habe schon oft gesagt, sollte dem russischen Präsidenten das Wasser bis zum Hals stehen, wird er auch nur keine einzige Sekunde zögern, Atomwaffen einzusetzen. Das ist meine persönliche Meinung. Und das Ganze, was jetzt passiert mit dieser Übung, ist auch ein Signal an den Westen, dass man nicht zu weit gehen soll mit den Waffenlieferungen an die Ukraine und dass man auf keinen Fall der Ukraine erlauben darf, westliche Waffen, vor allem amerikanische Waffen, intensiv gegen russisches Kernland einzusetzen. Das ist es ja, was Zelensky in den letzten Tagen immer wieder gefordert hat. Die Amerikaner sind dagegen, zumindest im Augenblick, dass ihre Waffen gegen russisches Kernland eingesetzt werden. Aber das kann sich natürlich ändern. Und diese Übung ist auch eine Warnung, dass sich sowas nicht ändern darf. Also keine westlichen Waffen gegen russisches Kernland. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.